Herzlich Willkommen und Hare Krishna zu einer neuen Ausgabe von Bhagavad Darshan, eurer Sendung für die Kultur und Philosophie des Srimad Bhagavatam. Mein Name ist Ananda Krishna Das und heute lesen wir wieder einen Vers. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Wir lesen weiter aus dem ersten Kanto, Fragen, die Schöpfung, Kapitel 1, Fragen der Weisen, Vers 12. Sutta Canasi Badramte Bhagavan Satvatam Bhati Deva Khyam Vasudevasya Chato Yastya Chikirshaya O Sutta Goswami, alle Segnungen seien mit dir. Du weißt, mit welcher Absicht die Persönlichkeit Gottes im Leib Deva kies, als der Sohn Vasudevas erschien. Erläuterung Das Wort Bhagavan bezeichnet den allmächtigen Gott, der der Beherrscher aller Füllen ist. Macht, Reichtum, Ruhm, Schönheit, Wissen und Entsagung. Er ist der Beschützer seiner reinen Geweihten. Obwohl Gott jedem gleichgesinnt ist, empfindet er besondere Zuneigung zu seinen Geweihten. Sat bedeutet absolute Wahrheit und diejenigen, die Diener der absoluten Wahrheit sind, werden Satvatas genannt. Die Persönlichkeit Gottes, die solche reinen Gottgeweihten beschützt, ist als der Beschützer der Satvatas bekannt. Die Worte Badramte, Segen sein mit dir, deuten auf das Verlangen der Weisen hin, die absolute Wahrheit vom Sprecher zu erfahren. Shri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, erschien Devaki, der Frau Vasudevas. Vasudev ist das Symbol der transzendentalen Position, in der der Herr erscheint. Hare Krishna. So, das war der zwölfte Vers, in dem es nun darum geht, beziehungsweise in dem das Erscheinen von Krishna angesprochen wird. So, Bhagavan, das Wort Bhagavan, sehr bekannt. In der Bhagavad Gita kommt das auch vor. Shri Bhagavan Uvaja. Bhagavan heißt derjenige, der alle Reichtümer besitzt, der alle Füllen besitzt. Hier geht es um die Definition des Wortes Gott. Was ist Gott überhaupt? Manchmal sagen die Menschen, ich glaube nicht an Gott, aber es geht ja auch darum, beziehungsweise man kann so eine Aussage nur wirklich sagen, tätigen, wenn man sich darüber im Klaren ist, was Gott überhaupt ist. Was ist es, an was man nicht glaubt? So, es gibt verschiedene Gottesdefinitionen. Die Definition des Shri Mat Bhagavatam ist, dass Gott oder Bhagavan oder Brahman ist das Wesen von dem oder die Entität, Energie, Person, von der alles ausgeht. So, das ist die erste Definition, das ist der erste Aspekt, um, oder das erste Kriterium, dass etwas oder jemand Gott sein kann. Alles muss davon ausgehen. Denn in dieser Welt hat alles einen Ursprung. Alles, nicht ist ewig und alles hat eine Bedingung, warum es überhaupt existiert, hat einen Ursprung. So heißt es in den Veden, der Ursprung aller Dinge, der gleichzeitig der anfanglose Anfang ist, das ist Gott. Gott selbst ist anfanglos, hat keinen Anfang, ist ewig, aber ist der Anfang aller Dinge. Alles geht von Gott aus. So, das ist die erste Definition. Egal, was einen Anfang hat, kann nicht Gott sein. Gott ist der anfanglose Anfang, die Ursache aller Ursachen. Und als solches können nur Dinge und Entitäten aus Gott hervorgehen, die auch sozusagen in Gott existieren. Also alles, was existiert, hat eine Beziehung, eine Verbindung zu dem göttlichen Ursprung. So, aus Gott kann nichts hervorkommen, was nicht in Gott selbst ist. Aus diesem Grund ist diese gesamte Welt als Emanation Gottes auch in Gott selbst enthalten, beziehungsweise sind die Formen dieser Welt Reflexionen und Emanationen der Göttlichkeit. Gott selbst ist nicht nur eine Energie, weil wenn er nur eine Energie wäre, dann wäre diese Welt auch nur energetisch. Die Welt ist energetisch, aber nicht nur. Sie hat auch die Formen, also Energie, die sich formt. Die Welt ist geformte Energie. Wo kommen die Formen her? Wenn Gott die Welt nicht definieren würde, formen würde, wäre es einfach eine homogene Energie oder einfach Energiewellen, die hier umher schwirren und nichts weiter. Aber nein, diese Welt ist sehr genau definiert und die verschiedenen manifesten Energien sind auch, interagieren auch und ergeben so ein ganzes harmonisches, ein harmonisches Ganzes, das sehr produktiv ist und sehr korrekt und konkret funktioniert. So mag man sich fragen, wie das sein kann und der Punkt ist, ja, weil sich diese Ordnung, dieses System und dieser Wille, der notwendig ist, damit solch eine Harmonie entsteht, auch im Ursprung befindet. All das findet in einer Persönlichkeit ihren Höhepunkt. Das heißt, erst eine Person, die über die sozusagen intellektuelle Kapazität verfügt und auch den Willen hat, der der Anstoß ist, die intellektuelle Kapazität dann auszuleben, um die Welt zu definieren, sind nur einer Person innewohnend. Eine Energie, ein Prinzip sind nicht die letztendliche Ursache, Prinzipien oder Energien, die manchmal als das Göttliche, Ursprüngliche Göttlich angesehen werden. Im mystischen Christentum ist der Logos, ist Gott, der dann wirkt, also der Logos ist dann, wie das Wort schon sagt, ja, dass alles eine gewisse Struktur und Ordnung hat, aufgrund des göttlichen Logos, also der Logos ist ein Prinzip oder Energie, man sagt, Gott ist letztendlich Energie und die dann sich in dieser Welt umsetzt, aber eine Energie und ein Prinzip als verabsolutiert, also als einzige existente Entität, aus der dann alle anderen Dinge entstehen, ist nicht genug, damit die Dinge entstehen können. Ein Prinzip und auch ein, 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 oder Energie sind Aspekte einer Person, die gehören zu der Person und dann kann die Person dadurch agieren, das heißt, der Logos oder das Prinzip ist das formgebende Element, um eine Schöpfung zu umzusetzen und die Energie ist das, was eben geformt wird. Der Logos richtet oder formt die Energie. Aber ein Aspekt fehlt in dieser ganzen Situation, um eine Schöpfung zu manifestieren und das ist der Anstoß, der Impuls, die Motivation, der Wille. Und Wille, der unabhängig ist, also ein Wille, der selbst will und nicht einen Anstoß hat, der ist nur einer Person in der Wohnung und zwar einer absoluten Person. Das heißt, erst der Wille schafft die Umsetzung der Prinzipien durch die Energie oder andersrum. Schafft erst die Umsetzung der Energie durch die Prinzipien. Schafft erst eine Manifestation der Energie durch die Prinzipien. Aber der Wille ist der Anstoß. Ich will, es soll sein, es soll geschehen, dann wird die Macht, die Energie eingesetzt, die gerichtet wird und geformt wird durch die Prinzipien oder den Logos. So sehen wir, dass erst in einer Person die Göttlichkeit ihrer Perfektion findet oder eine Person all diese Aspekte vereint, die notwendig sind, um die Schöpfung voranzubringen. Die Welt, das Universum zu manifestieren. Das sind eben Aspekte, die notwendig sind, damit das Universum überhaupt existieren kann. Sozusagen auf der höheren, auf der Meta-Ebene. Auf der unteren Ebene hat man dann Naturgesetze und hat man dann grobe Strukturen. Aber auf einer höheren Ebene wird entschieden, dass das sich umsetzt und das sind eben die Prinzipien oder das sind die Aspekte, die notwendig sind. Wille, der Logos und die Energie, die sich dann hier als dieses Ganze zeigt. So, das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist das Wort Bhagavan. Im Sanskrit heißt das Bhagavan. Bhagavan heißt derjenige, der alle Reichtümer besitzt. Bhagavan heißt Reichtümer, Opulenzen, Herrlichkeiten. Das, was eine Entität, das, was eine Person erhebt oder zu mehr macht. Eine Person zu, ja, einfach mehr macht. So, das heißt Bhagavan heißt derjenige, der alle Reichtümer besitzt. Also eine Person, die nicht nur ein paar Herrlichkeiten und Opulenzen besitzt, sondern alle und diese einzelnen in unendlichem Ausmaß, das wäre dann, was wir in der deutschen Sprache als Gott bezeichnen. Das muss Gott sein. Gott kann es an nichts mangeln. So heißt es, dass es sechs primäre Kräfte oder Mächte oder Opulenzen, Herrlichkeiten gibt, die muss Gott in Unendlichkeit besitzen oder muss eine Entität zu unendlichem Ausmaß besitzen, damit dieses Wesen Gott ist. Gott heißt dann das höchste Wesen, über dem niemand anders steht. Purushottama heißt das im Sanskrit. Purushottama heißt die absolute Person, die absolute Person, von der alle anderen Personen abhängen. Nityo, Nityanam, Cetanas, Cetananam. Es gibt unendlich viele bewusste Wesen, aber nur eines davon, das alle anderen erhält. Das wäre dann Gott. So Bhagavan heißt derjenige, der all diese Reichtümer besitzt. So was sind diese Reichtümer? Brauber zählt es hier auf. Macht, Reichtum, Ruhm, Schönheit, Wissen und Entsagung. Das sind sechs. Macht, also Kraft, Stärke, man sieht das in der Welt anhand der Kräfte, der Naturgewalten, die im Großen wie im Kleinen wirken, im Großen wie in den Planetenbewegungen, im Kleinen in den atomischen Kräften, die so, wenn sie manche Elemente haben, dass wenn die entfesselt werden, gewaltige Kraft besitzen, beziehungsweise sich dann manifestiert und auch auf dem, auf der Mittelebene, sozusagen, auf, in den Naturkräften, Wind und, Wind und Gezeiten, Sonnenkraft, ja, diesen Kräften, die wir direkt wahrnehmen. Also in ganz Großen, die universalen Kräfte, die ganze Galaxien bewegen, antreiben, unglaubliche Kräfte, dann auf unserer Ebene, die wir erleben, in den Naturgewalten, ein Wasserstrom, wie gesagt, ein Wind, ein Orkan und, oder große Hitze und so weiter. und auf der Kleinsten Ebene auch. So wir sehen Kraft, wir sehen die Kraft und das heißt, Gott hat alle Kraft, hat Kraft zum unendlichem Ausmaß, unendlich viel Kraft. Reichtum, Reichtum heißt, herrlich, heißt, ja, Besitz. Jemand wird als sehr respektabel angesehen, auch in der sozialen Hierarchie, wenn er viel besitzt, zu Recht oder zu Unrecht, aber so ist es nun mal. Und das heißt, Gott ist das Wesen, das alles besitzt, dem alles gehört. Wir mögen das vielleicht nicht akzeptieren und nehmen uns dies und jenes, aber letztendlich haben wir die Dinge nicht geschaffen, die gehören uns nicht, sie gehören dem Schöpfer, der von dem das alles ausgeht. Dem gehört es letztendlich. Und wenn wir das respektieren und nur die Dinge verwenden, die wir wirklich brauchen und dann auch wirklich zu gut verwenden, dann ist es in Ordnung. Aber wenn wir das nicht tun, machen wir uns strafbar. Das nennt sich dann Diebstahl. Und dafür gibt es Reaktionen in Form vom Karma. Deshalb sollten wir sehr aufmerksam sein, was wir nehmen, was wir als unseres betrachten. Denn letztendlich müssen wir verstehen, dass es nicht wirklich uns gehört, uns nur geliehen ist für eine gewisse Zeit. Spätestens beim Tod müssen wir alles zurücklassen. Ruhm. Ruhm heißt Berühmtheit. Der Rühmenswerteste. Der Rühmenswerteste ist Gott. Niemand anderes hat mehr geleistet, ist mehr, gebührt mehr Ruhm als ihm. Er ist der Anfang aller Dinge, alles geht von ihm aus. Das ist seine Schöpfung. Die Schöpfung ist zu seiner Verherrlichung da. Der Mensch ist sein Geschöpf und das sollen wir akzeptieren. Wir sollen ihn rühmen. Ihm gebührt jeder Ruhm. Wir rühmen ständig irgendwelche Menschen oder Dinge. Aber das ist nicht angebracht, weil im Vergleich zu Gott sind alle anderen Dinge oder Menschen nicht wirklich rühmenswert. Er mag ein bisschen Ruhm gebühren, aber das ist so wenig, dass man sich damit gar nicht verstricken soll oder ablenken lassen soll. von demjenigen, der wirklich rühmenswert ist, der wirklich Sonne und Mond geschaffen hat, der Luft und Land und Meer geschaffen hat, der dem Menschen Glück gibt, wenn der Mensch richtig lebt und der den Menschen auch korrigiert, wenn er nicht richtig lebt. So, wenn wir Gottes Oberherrschaft in allen Dingen, in allen Situationen akzeptieren, dann werden wir sehr glücklich. Warum? Weil uns Krishna akzeptiert, in seine Gemeinschaft holt, seine göttliche Gemeinschaft holt, was sehr, sehr zufriedenstellend ist. Des weiteren Schönheit. Ja, so bevor wir auf Krishnas Schönheit eingehen, nehmen wir die materielle Welt und die Natur, die seine primäre Schöpfung ist, als Abbild seiner Schönheit und werden feststellen, natürlich hat die Natur auch ihre dunklen Seiten, aber gleichzeitig auch sehr, sehr viele schöne Seiten. Alleine der Himmel ist schon schön, im Besonderen, wenn man sich daran erinnert, dass Krishna diesen Himmel gemacht hat, weil wir können keinen Himmel machen. Die vorüberziehenden Wolken sind schön, die Natur ist schön, die Bäume sind schön, die Flüsse und Bäche sind schön, die Berge sind schön, ein Regenbogen ist schön, die Pflanzenwelt, die Tierwelt ist schön. Natürlich hat sie auch ihre dunklen Seiten und es gibt auch sehr, sehr düstere Seiten, gerade in der Natur, aber das ist alles auch geregelt und hat seine Berechtigung und ist auch gut, ja. Der Mensch zerstört diese Schönheit, aber gleichzeitig hat auch der Mensch unglaubliche Kapazität für Schönheit. Der Mensch ist das einzige Wesen, das die Schönheit tiefer versteht. Tiere mögen auch einen gewissen Sinn für Schönheit haben, das kann sein, ich bin kein Tierpsychologe, aber definitiv sieht man, dass es nicht so leicht zu erkennen ist, dass das Tier einen Sinn und ein Bestreben für Schönheit hat, Schönheit zu sehen und Schönheit zu manifestieren, Ästhetik anzuwenden. Der Mensch hat das, der Mensch hat einen sehr großen Sinn für Schönheit, Ästhetik, die er dann in Kunst und Kultur ausdrücken möchte. So daran sieht man die Erhabenheit und die Besonderheit der menschlichen Lebensform. Wenn die Seele einen menschlichen Körper bekommt, bietet ihr dieser viel mehr Möglichkeiten, um die Göttlichkeit zu ergründen. Wenn die religiöse Erfahrung wirklich gemacht wird, dann wird sie oft nicht nur in sich bewahrt, erhalten, sondern man mag sie ausdrücken und so sehen wir, dass über die Jahrtausende hinweg der religiöse Mensch, der spirituelle Mensch, der diese Mystik der Transzendenz erfährt, diese dann auch in seinem Leben manifestiert und ganze Gesellschaften, Zivilisationen, die dann zusammen mehr Möglichkeiten, Kapazitäten haben, die Göttlichkeit auch in ihrer Umwelt auszudrücken, schaffen dann wunderschöne Bauwerke, schaffen wunderschöne Artefakte und Gemälde und so weiter und können so ihren ganzen Lebensraum, der dann mehr städtisch ist, der Hochkultur ist mehr städtisch, dann spiritualisiert wird und nicht zu Unrecht sehen dann verschiedene Religionen ihre Städte und ihre Hauptstädte als göttliche Städte, als Manifestationen des Himmels, als Manifestationen des Königreichs Gottes. So sagen einige Traditionen, dass unsere Stadt oder ja, unsere Stadt ist eine göttliche Stadt, wie der Vatikan oder auch der Jerusalem oder auch in Indien haben wir das auch, wir sagen Vindarvan ist eine spirituelle Stadt. So, da kommen diese Überlegungen her. So wollen wir unseren Lebensraum, wenn wir die Transzendenz erleben, auch äußerlich manifestieren und so sind wir dann auf der anderen Seite auch immer wieder erinnert an die Göttlichkeit, wenn wir uns darum umgeben. So, wir erinnern uns, wir haben religiöse, spirituelle Erfahrungen, manifestieren sie in unserer Natur, dann sind sie manifest und werden immer wieder erinnert, was dann wieder Zurückbesinnung animiert, wodurch wir wieder mehr auch in unserem Leben manifestieren können. So sollen wir in unserem privaten Bereich, persönlichen Bereich, wie auch im größeren Bereich, sollte eigentlich die Göttlichkeit manifest sein, was sich in einer sehr tugendhaften Atmosphäre äußert. Die Tugendhaftigkeit, die Schönheit, die Ästhetik ist eine Manifestation der Göttlichkeit beziehungsweise wenn wir tugendhafte Umstände schaffen durch Ordnung, durch Sauberkeit, eben durch Schönheit, Ästhetik, durch durch Harmonie, sind wir in unserem Empfinden, in unserem, in unserem, in unserer Stimmung der Göttlichkeit näher, als wenn wir im Chaos leben. Ja. So, das ist so diese Rückbesinnung auch zu den alten Kulturen, die wir uns eben so vorstellen, indem wir uns die Städte als sehr ordentlich, sauber, strukturiert vorstellen. Ob das im alten Indien oder alten Griechenland, alten Rom war oder Ägypten und so weiter. So stellen wir es uns zumindest vor und so berichten auch die vedischen Schriften, dass es Kulturen, Millionen sogar gegeben hat, die unserer heutigen bei weitem voraus waren. In jeglicher Hinsicht. Vielleicht nicht in technologischer Hinsicht. Es kann sein, soweit ich das verstehe, ist die Technologie ein Symptom des Zeitalters des Kali. Das heißt, Technologie soll die menschlichen Fähigkeiten ersetzen. Aber warum? Entweder weil der Mensch sie nicht mehr besitzt oder weil der Mensch sie pervertiert. So die natürlichen Fähigkeiten werden ersetzt mit den technologischen und so habe ich schon öfter gehört, dass das Kali-Yuga ist das Zeitalter der Maschinen, die nur im ersten Anschein fortschrittlich wirken. Aber wenn man den ganzen Produktionsprozess der Maschinen betrachtet, dann sehen wir, dass das nicht in Sattva-Guna ist. Man meint vielleicht, das Ergebnis ist in Sattva-Guna so eine schöne Maschine und die kann so tolle Dinge tun, aber was benötigt wird, um die herzustellen und die Abfallprodukte und so weiter, die ganze Chemie, das sind keine Anzeichen für Sattva-Guna. Das ist Raja-Guna und Tamma-Guna. Das Ergebnis ist Umweltverschmutzung, das Ergebnis ist auch die Arbeit, die benötigt wird, um so etwas herzustellen, die von Menschen ausgeführt wird, ist sehr erniedrigend, sehr ungesund und sehr limitierend und so weiter, sehr primitiv, fördert nicht das menschliche Dasein. So meinen wir, dass die Technologie, das ist ein Zeichen von Fortschritt. Fortschritt würde heißen, wir kommen dem Göttlichen näher, Homo Deus, der Mensch wird dem Göttlichen gleich, durch Technologie, je mehr Jantras wir haben, je mehr Maschinen wir haben, desto mehr werden wir wie Gott, dass die Maschinen unsere begrenzte Menschlichkeit zerstören und uns vergöttlichen, dass wir durch die Kameras mehr sehen, durch die Computer schneller denken und Daten speichern können, dass wir durch plastische Chirurgie und Maschinenteile, Prothesen, unseren Körper verstärken können, dass wir sogar persönliche Beziehungen, menschliche Beziehungen ersetzen können durch Roboter, die so programmiert sind, dass sie wirklich zu uns passen und immer das tun, was wir wollen, dass es nie zu den menschlichen, zu den Problemen kommt, zu denen es kommt, zu denen es zwischen Menschen kommt. Und so meint man, das ist Fortschritt. Doch aus der vedischen Sicht ist das kein Fortschritt. Das ist alles eine Perversion unserer menschlichen Tendenzen und Möglichkeiten, aber auch ein Ersetzen, wenn sie eben nicht richtig ausgebildet sind. Sowedische Kultur heißt, dass man in Harmonie und natürlich lebt und seine natürlichen Ressourcen und Fähigkeiten nutzt, weil der wahre Fortschritt ist der geistige Fortschritt und der kann von keiner Maschine erreicht werden. Weil das ist nicht nur der geistige Fortschritt, sondern es ist ein spiritueller Fortschritt, der sich mit seelischer Entwicklung, die seelische Entwicklung betrifft und das kann keine Maschine, kein Roboter, kein Computer machen. Für diese externen Material Dinge, da kann man diese Maschinen zur Hilfe nehmen und meint besser zu agieren, ob das dann wirklich auch zum Wohl des Menschen ist ein anderes Thema, aber das was wahrer Fortschritt ist, spiritueller Fortschritt, Selbsterkenntnis, zu verstehen, was meine wahre Identität und das führt zu wahrem Glück, Gottes Erkenntnis und das kann natürlich keine Maschine für uns tun. So in der Hinsicht ist der technologische Fortschritt kein Fortschritt. So was führt es letztendlich zu nichts. Zu nichts. So Schönheit war hier einer der Füllen Herrlichkeiten von Bhagawan und wie gesagt das drückt sich eben in der Natur aus, aber dann mag man sich fragen, wenn die Natur schon so schön ist, wenn Gottes Schöpfung schön ist, was natürlich heute sehr stark kritisiert wird, auch von der atheistischen Front, die eben genau auf die Fehler der Natur hinweist und meint, wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist er nicht perfekt, weil die Natur ist nicht perfekt. Warum ist die Natur nicht perfekt? Es ist immer noch die materielle Welt und die materielle Welt ist insgesamt dafür da, damit wir sie aufgeben. Sie soll uns zwar an Gott erinnern, aber sie soll nicht das göttliche Reich ersetzen. Es soll nicht die göttliche Heimat ersetzen. Das heißt, wenn die Welt perfekt wäre, eine Reflexion, ein Ebenbild, ein Nachbau der spirituellen Welt. Und unser Dasein hier ist auch ein Nachbau, eine Imitation wahrer Existenz und wahren Lebens in der spirituellen Welt. In der spirituellen Welt haben wir eine Form, aber eine spirituelle Form. In dieser Welt ist diese Form physisch. In der spirituellen Welt hat man Austausch, kann sich ausdrücken, kann sich bewegen, kann Erfahrungen machen, können wir hier auch. Nur hier ist es die materielle Version, die eben nicht perfekt ist. So die Limitierungen, die Probleme, das Leid, die Makel dieser Welt sind das Symptom dafür, dass sie materiell ist. Materielle Version hat ihre Limitierungen und ist auch dafür da, damit man letztendlich loslässt. Die Welt ist nicht dafür da, ein Königreich Gottes ohne Gott zu schaffen. Fehler hat, die wir entsprechend unserer Lebensweise erleben, unser Karma, wie man sagt, um zu lernen und letztendlich um die Welt zu transzendieren und wirklich zu verstehen, klar zu sehen, diese Welt ist ein vergänglicher Ort. So heißt es in der Bhagavad Gita vom höchsten, wunderschönsten Himmel in der materie Welt, herrlichsten Reich, bis zum niedrigsten Reich, sind alles Orte des Todes. Das sind alles leiderfüllte Orte, weil alles vergänglich ist und mit Leid behaftet ist. Solange wir auf unserem Ego Trip sind und meinen, ja, ich kann genießen, ich kann was erleben, bleiben wir in dieser modernen Welt und dem scheinbaren Glück und dem wahren Leid ausgeliefert, bis wir verstehen, nein, als spirituelles Wesen gehöre ich woanders hin und ich kann mich dort anders zu dieser anderen Welt transportieren wenn ich meine Mentalität ändere ich kann dort nicht hinspringen oder hinfliegen oder mir eine Treppe zum Himmel bauen das geht nicht ich muss mich ändern ich muss meine Mentalität ändern die dann einem spirituellen Wesen entspricht und dann werde ich auch in diese spirituelle Welt versetzt weil ich in diese Welt gehöre weil ich dann auf diese Art und weise funktioniere und Macht Reichtum Ruhm und Schönheit nun Wissen Bhagavan das höchste Wesen hat unendliches Wissen unendliche Informationen das sehen wir auch in dieser Welt wie funktioniert diese Welt sie besteht aus auf der grundlegenden Ebene aus Informationen die dann die verschiedenen Abläufe in dieser Welt definieren das sehen wir im zellularen Bereich wir wissen die DNA die dafür zuständig ist wie der Körper funktioniert aussieht und so weiter die den Körper definiert die Erbinformation ja wie es schon sagt das ist der Informationsspeicher in der DNA in dieser Doppelhelix ist ein Code eingebaut der über alle Informationen verfügt in dem Code sind alle Informationen eingebettet die dann entlarvt oder wie sagt man entziffert werden von den kleinsten Maschinen in unserer Zelle die dann in die DNA gehen die entsprechenden Abschnitt aufsuchen der gerade benötigt wird um was auch immer gerade aufgebaut wird aufzubauen und dieser Abschnitt wird dann repliziert oder wie sagt man dupliziert wird kopiert und diese Kopie der Information das ist dann einfach wie man könnte sagen man geht in die Bibliothek und holt ein Buch über Maschinenbau und da ist eine Maschine beschrieben sagen wir mal eine Druckmaschine wenn wir Bücher haben dann sieht man diese Seite auf der einen Seite ist die Beschreibung der Bauplan der Druckmaschine dann kopieren wir diese Seite in der Kopiermaschine und dann haben wir die Kopie des Bauplans und mit diesem Bauplan gehen wir dann in die Werkstatt legen den auf den Tisch und bauen dann anhand dieser Beschreibung die Maschine zusammen dann haben wir die Maschine hier stehen das ist im Simplen das was in der Zelle passiert die DNA ist wie die Bibliothek dann wird die Seite die Information die benötigt wird kopiert in der Kopiermaschine das wird in der DNA gemacht und diese Kopie wird dann rausgebracht aus dem Zellkern zu einer anderen Maschine zu einem anderen Bereich in dem man schaut was steht in der Kopie drin und dann werden die Teile zusammen gebaut und dann hat man ein Protein das dann an den Ort transportiert wird wo es dann benötigt wird so sehen wir dass Information oder Wissen auf der auf einer auf eine Art und Weise in dieser Welt wirkt die sehr mysteriös ist und wir wissen nicht wo sie herkommt wir denken immer Wissen und Information das hat der Mensch geschaffen und in der Natur das hat halt einfach so einen Ablauf aber dieser Ablauf ist strukturiert der wird definiert von einer höheren Ebene die aus Information besteht so die Information wird angewandt und das ist der Grund warum die Welt so strukturiert funktioniert und wir sehen das eben ganz praktisch eben in unserer Zelle dass auf der ultimativen Ebene Information ist die dann alles entstehen lässt der Plan des Lebens der Plan der Welt der Plan des Universums und da fragt man sich wo kommt diese Information her wer hat die Information gemacht muss jemand gemacht haben gibt keine Erklärungen dafür auf wissenschaftliche Art und Weise aber als spiritual Menschen sehen wir das als guten Hinweis nicht Beweis man kann Gott nicht beweisen physisch kann man nicht beweisen aber ein starker Hinweis auf ein höheres Wesen ein Symptom für eine höhere Intelligenz und diese höhere Intelligenz hat nun mal nur eine Person so Gott hat dieses absolute Wissen aber nicht nur Wissen sondern auch die Kraft und Macht dieses Wissen umzusetzen wenn ich nur das Wissen habe aber nicht im Stande bin dieses Wissen anzuwenden perfekt umzusetzen dann bringt das auch nicht viel aber Gott hat das Wissen und auch die Möglichkeiten es umzusetzen und letztendlich Entsagung Entsagung heißt Loslösung Entsagung heißt nichts zu benötigen so Gott oder Krishna ist ein völlig selbstzufriedenes Wesen benötigt gar nichts ist zufrieden in sich selbst natürlich Gott ist auch alles und benötigt nichts außer sich und deshalb ist er auch entsagt so das waren die sechs Aspekte Macht Reichtum Ruhm Schönheit Wissen und Entsagung die ich nun anhand der meistens Natur identifiziert habe und dadurch dass die Natur ja nicht von uns geschaffen ist sondern wer auch immer was auch immer warum auch immer da wird ja viel spekuliert aber wir als spirituelle Menschen als Bhagavata Menschen als Nachfolger des Bhagavatam verstehen dass dahinter Gott steht Krishna sehen dass wenn die Natur schon diese Aspekte der Schönheit Ruhm und Entsagung und so weiter besitzen dann muss das auch im Ursprung präsent sein ja wenn der Ursprung schön ist dann ist auch die Emanation ja die die Wirkung schön alles was ist befindet befindet sich auch im Ursprung der Ursprung ist eine Person die absolute Person und diese Person hat unendlich viele Möglichkeiten ihren Willen und ihre Ideen ihre Fantasie zu manifestieren auszuleben so diese ganze Welt dieses ganze Universum ist eine Manifestation der Idee Gottes der Logos der angewandte Logos der Logos der sich ausdrückt in der Welt Je mehr man die Welt studiert und erfasst in ihren Wirkungsweisen auf den verschiedensten Ebenen wird man sehen es ist schön es ist intelligent es besitzt Eigenleben es ist nicht einfach nur tote Energie oder tote Materie die wirkt sondern da ist ein Eigenleben so dieser Pantheismus ja dass man dieses Eigenleben auf Gott zurückführt dieser Pantheismus ist eine sehr inspirierende Sache wenn man mit diesen Augen durch die Welt geht und Gott in allem sieht nicht dass dann alles Gott wird aber man sieht das Wirken Gottes in allem aber versteht dass nicht die Welt Gott ist sondern das ist seine Schöpfung seine Emanation und wenn diese Welt diese Göttlichkeit so schön offenbart dann soll man erinnert werden an die die Person die dahinter steht die über die man natürlich lange spekulieren kann wer ist diese Person das ist nicht mehr was ist Gott sondern wer ist Gott der Vorschlag der gebracht wird von der vedischen Tradition die in diesem Werk dem Srimad Bhagavatam Bhagavat Purana ihren Höhepunkt findet ihre schönste Philosophie findet die schönste Sprache findet die schönsten Worte findet der Vorschlag der hier gegeben wird ist dass diese Person die hinter allem steht Bhagavan Shri Krishna ist Bhagavan Shri Krishna ist die transzendentale absolute Person der Freund aller Lebewesen wird gesagt der liebevolle Freund aller Lebewesen der der Ursprung aller Dinge ist er ist der anfanglose Anfang die Ursache aller Ursachen aber er ist nicht distanziert und fern sondern nahe persönlich und interessiert obwohl er obwohl er diese absoluten Eigenschaften besitzt ist er nicht fern und nicht unpersönlich nicht weltfremd oder menschenfremd personenfremden sogenannten Gegenteil die Liebe die dann das letztendliche und höchste Prinzip ist aber das zu erläutern ist natürlich nochmal ein anderes Thema aber ist auch interessant diese göttliche Liebe die Psychologie der Liebe die Psychologie der göttlichen Liebe zu ergründen aber das ist das höchste Prinzip von Krishna und das ist sehr zufriedenstellend weil wir auch als Menschen weil gerade der Mensch der dem göttlichen sehr nahe steht im Vergleich zu den meisten anderen Lebensformen haben wir genauso wie wir den Sinn für die Schönheit haben wenn wir uns in Tugend befinden natürlich der Mensch in Tamaguna Raja Guna in Leidenschaft und Unwissenheit wenn wir dieses System der Erscheinungsweisen kennen der Mensch in Leidenschaft und Unwissenheit hat keinen Sinn dafür er strebt die Schönheit und Tugend nicht an das ist für ihn kein Thema das fällt ihm gar nicht auf er möchte sogar genau das Gegenteil aber der geläuterte Mensch der tugendhafte Mensch hat einen natürlichen Sinn für die Schönheit Ästhetik und auch für Liebe weil diese tugendhafte Ebene der spirituellen Ebene am nächsten ist und deshalb hat der Mensch in Tugend dann auch einen Sinn dafür so daran sehen wir auch dass der Mensch dem Göttlichen sehr nahe ist weil er diesen starken Sinn für Liebe hat in der heutigen Zeit wird möglicherweise Liebe nicht immer richtig verstanden aber die platonische Liebe die selbstlose Liebe die dienende Liebe in einer Hinsicht altruistische und philanthropische Liebe das ist die Liebe die dem Göttlichen näher kommt das ist noch nicht die wahre Liebe aber das kommt ihr näher wohingegen das was wir als Liebe bezeichnen die egoistische selbstische neidische lustvolle sexuelle erotische Liebe nicht wahre Liebe ist ja das muss man unterscheiden das ist eine die sinnliche Liebe ist nicht die wahre Liebe ja wahre Liebe ist auf einer höheren Ebene ja so warum haben wir einen Sinn dafür ja weil das menschliche Leben der menschliche Körper die menschliche Psyche primär die Psyche dafür bestimmt ist dass die Göttlichkeit zu ergründen die Göttlichkeit zu kontaktieren aus diesem Grund haben wir diesen Sinn für diese wahre Liebe ja wir vermuten sie existiert aber wenn wir sie falsch verstehen werden wir sie falsch an werden enttäuscht aber wenn wir es richtig verstehen können wir sie anwenden und können dann Gott auf dieser Ebene begegnen das ist der Weg des Bhakti Yoga nicht der philosophische meditative oder auch aktive Weg das mag auch in die Richtung führen können aber der höchste Punkt ist dann der emotionale der spirituell emotionale Weg der sich dann durch die Mystik Meditation die Handlung ausdrückt aber der Weg ist das Verständnis der Persönlichkeit des höchsten absoluten Wesens und unserer eigenen wahren Persönlichkeit sich selbst auch mal als Person als selbstständiges Wesen und Individuum wahrzunehmen zu verstehen sich zu befreien von den Limitierungen der Unpersönlichkeit und dann auf dieser Ebene den Kontakt mit dem höchsten göttlichen Wesen Bhagavan Shri Krishna suchen und das ist sehr simpel wenn man diese Vorbedingungen erfüllt dann ist es sehr simpel sehr einfach weil man ihn auf einer natürlichen persönlichen emotionalen und ehrlichen Art und Weise kontaktieren kann und er darauf reagiert was heißt das dass das ehrliche Gebet die ehrliche Ansprache an Gott mein lieber Herr mein lieber Krishna bitte akzeptiere mich als deinen Diener deinen dienenden Freund deinen freundlichen Diener ich möchte dir eine Freude machen du bist so wunderbar und herrlich sei mir barmherzig bitte hilf mir und dadurch reagiert Krishna auf diesen Akt der Hingabe Bhakti das ist was Krishna möchte und Krishna im Gegenzug hilft offenbart und gibt sich auch seinem Bhakti oder hingegebenen sein Devoti hin und je mehr man dann diesen Austausch aufbaut und Erfahrungen macht wird diese Beziehung verstärkt und intensiviert und auf unserer spirituellen emotionalen Ebene mehr und mehr fahren in Form von tiefer tiefer Zufriedenstellung Glück Freude und letztendlich sogar Ekstase in die der Bhakti verfällt in ein höchstes Glück in den höchsten glücklichen Zustand weil Krishna mehr und mehr erfahren wird durch diese persönliche Beziehung so Krishna offenbart sich und Krishna ist das höchste Mysterium das sich dann offenbart als absolute wunderbare Person so das ist das Wort Bhagavan derjenige der alle Reichtümer besitzt das ist Bhagavan Sri Krishna der in der Wissenschaft der Gotteserkenntnis des Srimad Bhagavatam ausführlich beschrieben wird so wir waren heute mehr auf einer gewissen philosophischen Ebene ich bin kein Philosoph und möchte mich nicht als solcher bezeichnen das wäre da würde ich mich mit falschen Federn schmücken oder rühmen für etwas was ich nicht bin ich bin kein Philosoph ich habe nicht Philosophie studiert und so weiter aber versuche auf einer gewissen Ebene auch Krishna Bewusstsein zu verstehen und zu präsentieren auf einer gewissen rationalen Ebene gewisse Wirkungsweisen Prinzipien zu verstehen so das Bhagavatam beinhaltet diese Philosophie in einer wunderschönen starken Sprache von dem größten Weischnava Gelehrten Srila Prabhupada und dieses Bhagavatam ist voll mit unfassbar spannenden Geschichten über das Universum über Krishna über die Wirkungsweisen des Universums über unser menschliches Dasein und so weiter also das es heißt Prabhupada sagt wer dieses Bhagavatam liest wird eine vollkommen Gottesbewusste Seele und das ist tatsächlich wahr so wer interessiert kann sich meine ich soll sich das zulegen gut das war unser heutiges Video Bhagavat Darshan soweit ich weiß schon der zwölfte Teil ja wir versuchen tief einzutauchen wir sind noch immer im ersten Kapitel der Fragen der Weisen wir werden das dann nochmal zusammenfassen weil es sind sechs Fragen die diese Weisen an Sutta Goswami an den Sprecher stellen und aus denen dann das ganze Bhagavatam besteht genau okay alles Gute euch und ja Hare Krishna